Servus und danke, dass du dir mein Video anschaust. Mein Name ist Romana Hasen-Oerl, ich bin Autorin und Astrologin und habe heuer 2020 mein siebtes Buch veröffentlicht, das ist es, vom Reisen mit dem Blues. In diesem Buch geht es um das Reisen mit meinem uralten VW-Bus, ein T3 namens La Carissima und meine Suche nach dem Glück. Unterwegs begegnet uns dann auch noch der Blues, der berühmte Reise-Blues, darum der Titel und ich würde mich freuen, wenn du mein Buch kaufst. Wir Autoren haben es heuer ein bisschen tricky gehabt, weil wir kaum Lesungen machen konnten. Ich habe Online-Lesungen gemacht, wenn du also vorher reinschnuppern möchtest in dieses Buch. Ich lese regelmäßig in meiner Facebook-Gruppe, Happiness Reloaded, das siehst du hier eingeblendet, und wenn du einfach ein Lesungsvideo zugeschickt haben möchtest, um ein bisschen reinzuhören, wie das Buch denn so ist, dann schick mir einfach eine Mail. Die Adresse ist auch hier eingeblendet. Und natürlich kannst du unter dieser Mail-Adresse das Buch auch bestellen. Kosten tut es 24,90 Euro mit Versand innerhalb von Österreich. Nach draußen muss ich den Versand noch hinzurechnen. Und ich glaube, es ist ein super Buch für alle Menschen, die gern unterwegs sind, für alle VW-Bus-Fahrer natürlich und vielleicht auch für dich. Ich freue mich.